Und jetzt kommen wir zu den Quantilen. Quantile sind gar nicht mal so verschieden vom Median. In Wahrheit ist es sogar so, dass der Median eigentlich nur ein Spezialfall des viel weiteren Konzeptes der Quantile ist. Quantile nämlich teilen eine Datenreihe nicht mehr nur einfach im Verhältnis 50 zu 50, sondern im Verhältnis p zu q, wobei q gleich 1 minus p ist. Uh, das klingt jetzt furchtbar abstrakt. Setzen wir einfach mal Zahlen ein, um uns das Ganze klarzumachen. Ein Quantil ist zum Beispiel der Punkt 5 zu Punkt 5 Punkt einer Datenreihe. Moment, das war doch der Median. Ja, der Median ist nichts anderes als ein ganz spezielles Quantil, nämlich genau das Quantil, das eine Datenreihe im Verhältnis Punkt 5 zu Punkt 5 teilt, also 50-50. Ein Quantil ist aber genauso der Punkt, der eine Datenreihe in Punkt 1 zu Punkt 9, also 10 zu 90 teilt. Oder der Punkt, der eine Datenreihe in Punkt 7, 5 zu Punkt 2, 5 teilt. Also die 75% aller Personen mit den niedrigsten Werten und die 25% aller Personen mit den höchsten Werten. Quantile also sind Zahlen, die einen Datensatz mit n Messwerten in einem bestimmten Verhältnis teilen. Wir symbolisieren ein solches Quantil mit x und einem Subskript, wobei als Subskript das Verhältnis eingesetzt wird, in dem die Datenreihe geteilt wird. So ein Quantil besitzt, genau wie der Median, zwei entscheidende Eigenschaften. Erstens, mindestens n mal p der Messwerte sind kleiner oder gleich dem Quantil. Und zweitens, n mal 1 minus p Messwerte sind größer oder gleich dem Quantil. Wenn wir für p hier 0,5 einsetzen, dann haben wir exakt die Definition des Medians. Wenn wir irgendeinen anderen Wert zwischen 0 und 1 einsetzen, dann ist das die allgemeinere Definition des Quantils. Machen wir uns das mal wieder am Beispiel klar. Wir haben hier wieder unsere Datenreihe, links die Originaldaten, rechts die sortierten Daten. Und wenn wir uns jetzt fragen würden, Mensch, welcher Wert in dieser Datenreihe teilt denn die Datenreihe in 25% darunter und 75% darüber? Dann fragen wir genau nach dem 25% Quantil oder dem 0,25 Quantil. Wie wir gleich sehen werden, wird das auch als erstes Quartil bezeichnet. Und der Wert, der wird von Excel als 1,625 angegeben. Schauen wir in unsere sortierte Datenreihe, dann sehen wir, dass es diesen Wert 1,625 überhaupt gar nicht gibt, sondern dass er zwischen diesen beiden Datenwerten liegt. Stimmt jetzt die Quantilsdefinition? Nun, drei Werte sind kleiner gleich dem Wert 1,625. Und neun Werte sind größer gleich diesem Wert 1,625. Drei von zwölf ist ein Viertel oder 25%. Neun von zwölf sind drei Viertel, also 75%. Der Wert 1,625 teilt also in unsere Stichprobe in tatsächlich 25% aller Personen, die höchstens diesen Wert erreichen und 75% aller Personen, die mindestens diesen Wert erreichen. Die Quantilsdefinition ist erfüllt. Genau wie bei Median würden noch viele weitere Zahlen ebenfalls die Quantilsdefinition erfüllen, zum Beispiel auch 1,4. Drei Werte sind höchstens so hoch, zehn Werte sind mindestens so hoch. Die Quantilsdefinition 25 zu 75 wäre aber weiterhin erfüllt, denn sie besagt ja nur, mindestens 25% liegen darunter. Das stimmt. Zehn von zwölf, das sind jetzt ein bisschen mehr als 75%, nämlich 80%. Die Quantilsdefinition gilt aber weiterhin, denn 80% sind in der Tat mindestens 75%. 1,3 allerdings hätte nicht mehr funktioniert, denn hier hätten wir zu wenig Personen, nämlich nur noch zwei Personen darunter gehabt.